Es gibt kein einziges Buchstaben. Sie haben ihn gezogen. Sie haben ein Gehirn versäugt. Ein kleines 1% genutztes Hirn genügt, um alle Buchstaben hineinzupacken. Sie kommen dir aus den Augen raus. Sie quellen dir aus den Augen raus. Alle Buchstaben, auch dir. Das scharfe Z tropft aus deiner Nase. Ich kann es sehen. Es stammt von irgendeinem Lehrer. Und der hat es für von seinem Lehrer. Und der hat es auch von seinem Lehrer. Aber von wem hat er es? Von wem hat irgendwer die Staben? Von wem hat irgendwer die Buchstaben? schon in der Nase. Dez haverz ares los des Ida seh. Dez e worn appellent. Das X, das U, das nous le fabript. Ich kann es nicht sehen. Irgendwo in einem Gehirn ist eine Lücke, eine Lücke zwischen den Musaaren. Ich kann es nicht sehen, dass ich die Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke. Ich kann es nicht sehen, dass ich die Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke. Ich kann es nicht sehen, dass ich die Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke. Ich kann es nicht sehen, dass ich die Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke. Ich kann es nicht sehen, dass ich die Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke. Ich kann es nicht sehen, dass ich die Lücke, eine Lücke, eine Lücke, eine Lücke ihr Goblenserie auszud. Ich kann es nicht sehen, dass ich die Lücke, eine Lücke über험�続ge. Ich weiß nicht, das die ro nasal aber anbiet당en da sein. Jetzt nicht, dass technicians Stein live. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020